Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Video aus der Reihe Öffentliche Finanzwirtschaft, das Haushaltsrecht des Bundes. Mein Name ist Damian Münzer, ich bin Dozent für Öffentliche Finanzwirtschaft in einer Bundesbehörde und in dem heutigen Video werden wir uns mit dem Haushaltsrecht und insbesondere mit dem Recht des Bundes beschäftigen. Das heißt, wir werden hier uns die Rechtsgrundlagen anschauen, die relevant sind für die öffentliche Finanzwirtschaft. Wir können vielleicht beginnen mit dem Grundgesetz, was eben in Artikel 20, ich mich recht erinnere, Artikel 20 Absatz 3 müsste es sein, uns eben vorschreibt, dass die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das ist sozusagen die Kernvorschrift für den Rechtsstaat. Also wir leben in einem Rechtsstaat, das bedeutet, alles was der öffentliche Sektor, und wir wollen uns ja hier mit dem öffentlichen Sektor befassen, tut, ist an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, auch wenn es um öffentliche Finanzen geht, muss es dazu Gesetze geben und die Verwaltung kann nicht einfach irgendwie so agieren. Und das ist der Kernstück dessen, was wir uns heute anschauen werden. Auch hier weiter in der Präsentation, wie gesagt, heute Rechtsgrundlagen. Die relevanteste Rechtsgrundlage finden wir eben hier, das ist das Haushaltsrecht, Vorschriftensammlung, hier in der 31. Auflage. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei der 32. oder 33. Auflage, wird jedes Jahr von Johannes Schuhe herausgebracht. Wie gesagt, ist eine Vorschriftensammlung, das heißt, wir finden hier oder auch schon auf der Rückseite, welche Gesetze hier enthalten sind, und zwar ganz oft in Auszügen, nämlich das Grundgesetz, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Konsolidierungshilfegesetz, Artikel 115 Gesetz zur Schuldenbremse, Artikel 115 Verordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Bundeshaushaltsordnung, Bundesrechnungshofgesetz, Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Das sind sozusagen ein paar der Gesetze, die hier enthalten sind. Manche vollumfänglich, wie zum Beispiel die Bundeshaushaltsordnung oder das Haushaltsgrundsätzegesetz. Andere Gesetze eben nur in Auszügen, nämlich wie das Grundgesetz. Ja, und wir werden nicht alle Gesetze hier besprechen können, sondern in der ganzen Videoreihe werden wir ja ganz viel mit Gesetzen arbeiten, weil das ist dann eben die Idee von Haushaltsrecht, dass alles, was öffentliche Finanzwirtschaft betrifft, in irgendeiner Weise oder fast alles irgendwo gesetzlich festgeschrieben ist oder in Verwaltungsvorschriften. Ja, wir wollen aber zumindest im ersten Part uns ein wenig anschauen, wie man das strukturieren könnte, die ganze Vielfalt an Gesetzen. Und damit wollen wir jetzt gleich beginnen. Ja, wir können damit beginnen, dass wir das Grundgesetz uns anschauen, was wir ja schon in den ersten Videos hin und wieder herangezogen haben. Denn vieles, was öffentliche Finanzwirtschaft betrifft, ist schon im Grundgesetz verankert. Und zwar in den Artikel 104a bis 115 Grundgesetzen. Das nennen wir das Finanzwesen im Grundgesetz. Das ist Abschnitt X, wo eben dann halt ein paar grundlegende Sachen schon geregelt sind. Und diese Artikel 104a bis 115 haben auch nochmal so eine Unterteilung, nämlich Artikel 104a bis 109a des Grundgesetzes regelt das Finanzwesen allgemein und die Finanzverfassung für Bund und Länder. Denn wie wir schon gesehen haben, wir haben eine vertikale Gewaltenteilung, das heißt, wir haben eine Bundesebene und 16 Bundesländer. Und dass das so ist und dass es eben sowas wie eine Haushaltsautonomie gibt, ein Trennsystem, also das Konnexitätsprinzip, all das ist eben in diesen ersten 104a bis 109 geregelt. Das heißt, das sind Regeln, die gelten sowohl für Bund als auch für die Bundesländer. Unter anderem haben wir auch hier die Regeln zu den Steuern, Verteilung, Gesetzgebung, Verwaltung. All das ist eben in diesen ersten Artikeln geregelt. Und dann kommen noch die Artikel 110 bis 115 Grundgesetz. Und hier sprechen wir von der Haushaltsverfassung des Bundes. Also hier in diesen paar wenigen Artikeln sind nur noch Regeln für die Bundesebene zu finden. Daneben gibt es natürlich eine ganze Palette weiterer Gesetze, die relevant sind, eben meistens in dem gelben Buch zu finden. Und wir wollen so ein bisschen an dieser Stelle uns so eine Normpyramide erarbeiten, sage ich mal, in der wir sehen, wie denn so die Gesetze entstanden sind, wie denn manchmal aus bestimmten Regeln, die im Grundgesetz verankert sind, dann auf einmal neue Gesetze entstehen. Und wir starten mal mit Artikel 109 Absatz 4 Grundgesetz. Denn dort steht drin, durch Bundesgesetz, dass die Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden. Und so sieht dann eine Grundlage auf, die dazu führt, dass zwei weitere Gesetze verabschiedet werden mussten, nämlich ein Gesetz, was eben für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht vorgibt und für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und mehrjährige Finanzplanung. Ja, und für die konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung wurde dann eben ein neues Gesetz verabschiedet, nämlich das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967. Kurz darauf wurde auch für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze verabschiedet, nämlich 1969 das Haushaltsgrundsätzegesetz HGRG. Ja, und das HGRG wollen wir hier mal uns genauer anschauen, denn das HGRG ist ein Lex Generalis und im Paragraf 1 Satz 2 des HGRG steht drin, Bund und Länder sind verpflichtet, ihr Haushaltsrecht nach diesen Grundsätzen zu regeln. Und damit haben wir eine Auftragsgrundlage, ein paar neue Gesetze zu erlassen, nämlich für die Bundesebene hat man das überführt, das, was das HGRG vorschreibt in die Bundeshaushaltsordnung, die BHO. Und die 16 Bundesländer haben jeweils eine eigene Landeshaushaltsordnung. Und das ist das sogenannte Lex Spezialis. Und es gibt einen juristischen Grundsatz, das sagt, Lex Spezialis Derugat Legi Generali, was eben aussagt, dass ein spezielles Gesetz immer vor dem generellen Gesetz gilt. Das heißt, wenn wir uns auf Bundesebene mit dem Haushaltsrecht beschäftigen, dann würden wir immer in die Bundeshaushaltsordnung reinschauen, obwohl da teilweise wirklich wortwörtlich die gleichen Dinge drinstehen wie im Haushaltsgrundsätzegesetz. Aber dann, wenn man sowas hat, und das gilt generell, wenn man mit Gesetzen arbeitet, wenn es ein spezielleres Gesetz gibt, dann verdrängt es eben immer das generelle. Ja, das Haushaltsgrundsätzegesetz ist sozusagen nur das Gesetz, was eben jedes Mal, wenn wir das Haushaltsrecht für Bund und Länder gemeinsam ändern wollen, dann ändert man das HGRG. Und im nächsten Schritt ist dann die Bundesebene, wie auch die 16 Landesebenen, aufgefordert, ihr Haushaltsrecht wieder neu anzupassen. Ja, jetzt gehen wir einfach weiter von der Bundeshaushaltsordnung. Dort steht in § 1 Satz 1 BHO, der Haushaltsplan wird für ein oder zwei Rechnungsjahren nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Das heißt, hier hören wir zum ersten Mal schon mal den Haushaltsplan, das heißt, der für ein oder zwei Jahre aufgestellt werden kann und durch ein Haushaltsgesetz verabschiedet wird. Das heißt, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem, wie man das macht, ob man einen einjährigen Haushalt macht oder einen Doppelhaushalt, muss es ein Haushaltsgesetz geben. Weiter steht in § 5 BHO, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz sowie zu vorläufigen und endgültigen Haushalts- und Wirtschaftsführung erlässt das Bundesministerium für Finanzen. Ja, das heißt, bis hierhin sind wir in gesetzlicher Ebene und § 5 erlaubt dann halt eben dem Finanzministerium, bestimmte Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die die BHO ein wenig präzisieren, denn die BHO ist sozusagen das Hauptwerk, das man kennen muss, wenn man sich mit öffentlichen Finanzwirtschaft beschäftigt. Ja, und da dieses Gesetz an vielen Dingen unpräzise ist oder vielleicht nicht unpräzise, das ist ja ganz oft so, Gesetze sind recht allgemein bedürfende Interpretation und die Interpretation übernimmt für uns das Finanzministerium, erlässt diese Verwaltungsvorschrift und die sind dann auch in diesem gelben Buch enthalten. Ja, und was sind das so für Verwaltungsvorschriften? Es gibt eine ganze Reihe an Verwaltungsvorschriften, also die werde ich hier nicht alle nennen, sondern dann später, je nach Bereich, in dem wir drinstecken, werden wir da mal genauer anschauen, aber ein paar sind auch hier schon wert genannt zu werden. Nenne ich einmal die VVBHO, die Verwaltungsvorschrift zur Bundeshaushaltsordnung, das ist sozusagen die Hauptverwaltungsvorschrift, die man hier kennen muss. Dann kommt die Verwaltungsvorschrift zur vorläufigen Haushaltsführung, das heißt, das ist ein Rundschreiben, das eben das Finanzministerium immer dann veröffentlicht, an alle Bundesministerien verschickt, wenn der Haushalt nicht rechtzeitig verabschiedet werden konnte. Dann gibt es eben so ein paar Regeln, die man zu beachten hat und die werden dann eben in dieser vorläufigen Haushaltsführung vorgestellt. Wenn der Haushalt ordentlich verabschiedet wurde, kommt noch mal ein Rundschreiben und das ist dann die Verwaltungsvorschrift zur endgültigen Haushaltsführung, also welche Regeln hat die Verwaltung zu beachten, wenn der Haushalt ordentlich verabschiedet wurde. Ja, und eine letzte Verwaltungsvorschrift, die es wert ist, je erwähnt zu werden, ist die VVHB, die Verwaltungsvorschrift zur Haushaltssystematik des Bundes. Die wiederum gibt es nicht als ein Werk, sondern das sind streng genommen drei Werke, nämlich einmal die haushaltstechnische Richtlinie des Bundes, die HRB, der Gruppierungsplan und der Funktionenplan. Die VVHB ist eine Verwaltungsvorschrift, die insbesondere dann wichtig wird, wenn man sich mit dem Haushaltsplan beschäftigt, das werden wir ja tun und dann werden wir ganz oft Dinge entweder aus der BHO herauslesen und damit wir verstehen, warum ist der Haushaltsplan so aufgebaut, wie er eben aufgebaut ist, was für eine Systematik steckt dahinter. Das Allgemeine steht eben schon in der Bundeshaushaltsordnung, aber dann gibt es ganz viel technische Fragen und die werden meistens durch die VVHB beantwortet, sei es jetzt durch den HRB, durch den Gruppierungsplan oder durch den Funktionenplan. Ja, das sind so ein paar Vorschriften, die ich hier zu Eingangs irgendwie schon mal so vorstellen will. Und hier sieht man halt eben, wie dann eben aus einem Gesetz ein weiteres Gesetz entsteht, aus dem Gesetz entsteht dann ein weiteres, noch ein Gesetz und so weiter. Ja. Gut, wir wollen uns ein paar dieser Gesetze erst einmal schon mal anschauen, nämlich beginnen wir mal mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist der Ausdruck einer keynesianischen Wirtschaftspolitik. Wir haben ja gesehen, im Grundgesetz ist ja schon verankert, dass Bund und Länder eben ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht anstreben sollen. Und das wird nicht weiter erläutert, sondern das ist dann eben überführt worden und präzisiert worden in einem Gesetz, nämlich in dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Ja, hier haben wir ein paar gemeinsam geltende Grundsätze für eine konjunkturgerechte Haushaltsführung des Bundes und der Bundesländer. Das heißt auch ein Gesetz, was nicht nur eine Relevanz hat für den Bund, sondern auch für die Bundesländer. Ja, und wir haben es schon kennengelernt durch das magische Viereck, denn im Paragraf 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz wird nämlich definiert die vier Säulen, die eben Bund und Länder im Auge behalten sollen, nämlich Preisstabilität, Wirtschaftswachstum, hohe Beschäftigung, außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Ja, und daneben finden wir dort einige Bereiche, die eben der Wirtschaftsministerium, aber auch dem Finanzministerium einige Mittel an die Hand geben, wie Wirtschaftspolitik betrieben werden kann. Nun muss man aber sagen, dass das Gesetz nicht eben so eine relevante Rolle spielt, wie man hier annehmen könnte. Das heißt, das Gesetz gilt weiterhin und das sind auch ein paar Sachen, die jährlich fortgeführt werden, wie zum Beispiel eine mehrjährige Finanzplanung. Wird dort eben präzisiert, dass der Bund eben neben seinen jährlichen Haushaltsplan eben einen fünfjährigen Finanzplan zu erstellen hat. Und das passiert dann auch tatsächlich, aber das Gesetz wird nicht so genutzt, wie es eigentlich mal gedacht war. Ja, dann können wir zu dem Haushaltsgrundsätzegesetz übergehen, das HGRG. Das ist zwei Jahre später verabschiedet worden, nämlich 1969. Und es war sozusagen die erste große Reform des Haushaltsrechts nach seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das Haushaltsrecht nicht irgendwie die, es gab da schon eben grundlegende Sachen in der Verfassung. Aber ansonsten, wenn es ums Haushaltsrecht ging, hat man sich noch an die Reichshaushaltsordnung, an der Reichshaushaltsordnung orientiert aus der Weimarer Zeit. Und erst 1969 hat man das Haushaltsrecht ein wenig modernisiert und das Haushaltsgrundsätzegesetz eben verkündet. Ja, das ist sozusagen ein Gesetz, was der Zustimmung der Bundesländer bedarf, weil es eben halt auch Konsequenzen für die Bundesländer hat. Und es enthält eben gemeinsam geltende Grundsätze für die Gesetzgebung des Bundes und der Länder. Und es besteht aus zwei Teilen. Ein Teil, nämlich der erste Teil, enthält den Auftrag an die Gesetzgeber von Bund und Länder ihr Haushaltsrecht nach den genannten Vorschriften zu regeln. Das heißt, ja, das ist der Teil, wo wir eben tatsächlich, wenn wir in die BHO oder eben in das HGRG schauen würden, würden wir wortwörtlich die gleichen Regeln finden, wie zum Beispiel, was der Grundsatz der Gesamtdeckung ist, wie der Haushaltsplan aufzustellen ist, woraus er besteht. Das steht sowohl im HGRG wie auch in der BHO. Und ja, deswegen eben dieser Spezialitätsgrundsatz, wenn man mit auf Bundesebene arbeitet, dann schaut man in die BHO und nicht in das HGRG. Aber da stehen wortwörtlich die gleichen Sachen drin. Ja, Teil 2 enthält die Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar für Bund und Länder gelten. Das heißt, die müssen nicht mehr überführt werden in ein weiteres Gesetz, sondern da würde man dann tatsächlich ins HGRG schauen. Und eine der wichtigsten Sachen, die hier dann geregelt ist, ist eben auch wieder die mehrjährige Finanzplanung, nämlich, dass der Bund auch so einen Finanzplan zu erstellen hat, der sich über fünf Jahre erstreckt. Ja, das HGRG ist aber auch wichtig jedes Mal, wenn wir sogenannte Reformen durchführen wollen. Denn das Haushaltsrecht ist kein Recht, was irgendwie oft geändert wird. Also deswegen war es auch völlig unproblematisch, seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland bis 1969 weiter die Reichshaushaltsordnung zu nutzen. Denn das Haushaltsrecht und wie der Haushaltsplan aufgebaut ist, welche Rolle er hat, was da so quasi drin sein muss, das soll nicht jedes Jahr geändert werden. Also wir wollen hier nicht quasi zu kreativ werden, sondern Haushaltsrecht ist weitestgehend Werkzeug. Wir brauchen in einem Rechtsstaat eben einen Haushaltsplan, was nach bestimmten Prinzipien erstellt wird, wo jeder weiß, was zu tun ist. Und dass die Struktur dieses Haushaltsplans und wie das eben aufgestellt ist, wie das dann abgeschlossen wird, ausgeführt wird. Die Regeln sollen nicht jährlich neu sein, weil das eben nur ein Werkzeug ist und zu viel Verwirrung beiträgt, sodass man hier eigentlich nicht oft Reformen anstrebt. Aber zwei große Reformen gab es seit Bestehen des HGRG, nämlich einmal 1998 das Haushaltsrecht-Fortentwicklungsgesetz. 1998 ist eine ganz relevante Reform eingebracht worden, nämlich die Einführung der sogenannten Flexibilisierung und eine Kosten- und Leistungsrechnung. Ja, die Flexibilisierung bedeutet, ja, das ist hier vielleicht an dieser Stelle ein bisschen zu weit. Man kann grob sagen, die Verwaltung arbeitet jährlich mit diesem Haushaltsplan und der Haushaltsplan hat ein ganz, ja, das Prinzip ist immer sehr, sehr, sehr einfach. Die Exekutive erstellt diesen Haushaltsplan, lässt sich ihn durch die, qua BGY durch den Bundestag und den Bundesrat genehmigen, führt diesen Haushaltsplan dann aus und am Ende gibt es nochmal eine Kontrolle, ob die Exekutive sich an das gehalten hat, was der Haushaltsplan und letztlich der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Ja, und hier stoßen wir auf so ein Problem, dass der Haushaltsplan dadurch einfach etwas sehr Stares hat. Es ist eben rechtlich alles abgesichert, was getan werden darf, aber Abweichungen sind nicht einfach möglich. Das heißt, ein Problem des Haushaltsrechts, insbesondere für die Exekutive ist, dass sie dann im Vollzug eines Jahres nicht einfach von dem abweichen darf, was da drin geregelt ist in so einem Haushaltsplan. Und selbst wenn das gute Gründe hat, sondern das muss man dann eben wieder gesetzgeberisch sich erlauben lassen. Und die Reform 1998 hat eben eine Flexibilisierung reingebracht in bestimmten Bereichen, wo man eben der Verwaltung dann doch erlaubt, in einem bestimmten abgesteckten Rahmen abzuweichen von dem, was im Haushaltsplan geregelt ist. Also das sind eine Ausnahme von der Einzelveranschlagung und sachlichen Bindung und eine Ausnahme von der Jährlichkeit und zeitlichen Bindung. Zwei Grundsätze, die wir in späteren Videos mal kennenlernen werden. Hier an dieser Stelle reicht es einfach, sich vor Augen zu führen, dass 1998 der Verwaltung ein bisschen mehr Freiraum bei der Ausführung des Haushaltsplans gegeben wurde. Und gleichzeitig wurde eine Kostenleistungsrechnung eingeführt. 1998 ist sozusagen der Beginn dessen, was im Haushaltsrecht sich dann auch als die neoliberale Wende oder New Public Management, neueres Steuerungsmodell. Also es gab nach der Wiedervereinigung und Ende des 70er und in den 80er Jahren gab es weltweit in den demokratischen Ländern eine Welle, die eben den öffentlichen Sektor ein wenig reformieren wollte. Und viele dieser Reformen zielten insbesondere auf das Haushaltsrecht ab. Also wie kann die Verwaltung effizienter werden? Unter anderem auch war eine Idee, ob man das Haushaltsrecht und wie der Haushaltsplan aufgebaut ist und was er so enthält und nicht auch reformieren möchte. Das war ein Teil davon. Das ist dann erst einmal nicht geschehen, 1998, aber man hat dann zumindest schon mal so BWL-Instrumente in die Verwaltung reingebracht. Und zwar hier erstmals mit der Kostenleistungsrechnung. Also in geeigneten Bereichen sollte eine KLR eingeführt werden. Ja, dann gab es 2010 nochmal eine Modernisierung, nämlich das HGRG-Modernisierungsgesetz. Auch eine sehr große Reform, denn die hat erstmals die Doppik erlaubt. Ja, Doppik ist ein anderes Wort für die doppelte Buchführung, denn das System, was wir auf Bundesebene kennenlernen wird, nennt man das die Kameralistik. Die Kameralistik ist ein Rechnungswesensystem des öffentlichen Sektors. Leitet sich eben von der Kammer ab, die Kammer des Fürstens, die befüllt werden musste und dafür brauchte man ein Rechnungswesen. Und parallel gab es aber seit dem 15. Jahrhundert eben schon das kaufmännische Rechnungswesen, nämlich die doppelte Buchführung mit Soll anhaben, mit einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung. Und der öffentliche Sektor hat eben diese doppelte Buchführung nicht eingeführt, sondern eben ein eigenes Rechnungswesensystem erstellt. Es ist deutlich simpler als das, was die doppelte Buchführung ist. Allerdings, das ist eben halt auch der Vorteil gewesen, es ist einfacher. Die Kameralistik ist eigentlich ein einfacheres System und versucht halt eben die Unterschiede zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Sektor gerecht zu werden, dass wir eben hier bei staatlichen Aktivitäten nicht von Gewinnen sprechen können. Von daher können wir mit der doppelten Buchführung per se erstmal nichts einfangen. Nichtsdestotrotz war dann irgendwann mal die Idee, ob das nicht möglich ist und vielleicht sogar besser wäre, wenn wir die doppelte Buchführung und hier jetzt eben nicht mehr genannt doppelte Buchführung, sondern doppig im öffentlichen Sektor einführen. Und man hat sich in Deutschland entschieden, ja, das werden wir jetzt probieren. Und die Reformen starteten dann eben auf der kommunalen Ebene. Da sind tatsächlich mittlerweile über 70 Prozent der Kommunen haben ihr Rechnungswesen von diesem Kameralensystem auf die doppelte Buchführung umgestellt. Das heißt, eine Kommune wie die Stadt Köln erstellt eine Bilanz und das, was sie so jährlich tätig wird, im Haushaltsplan in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung angezeigt. Also die Produkte, die so eine Kommune eben anbietet, die werden in finanzieller Hinsicht immer als eine GUV angezeigt. Ja, die Idee war, da gab es verschiedene Modelle, wie man das umstellt. Denn klar, eine Kommune oder überhaupt der staatliche Sektor hat klassisch keine Erträge und Aufwendungen. Also Aufwendungen schon, aber nicht klassisch Erträgen. Wir sprechen im Haushaltsplan immer nur von Einnahmen, Ausgaben und Einzahlung, Auszahlung, aber nie von Erträgen und Aufwendungen. Die Kosten-Leistungs-Rechnung gehört ja hingegen dann schon wieder zum internen Rechnungswesen und nicht zu dem externen. Mit der Doppel hat man dann erst mal halt ein System eingeführt, wo eben auch von Erträgen und Aufwendungen die Rede ist. Und in den kommunalen Haushalten finden sich dann eben diese Begrifflichkeiten, die ja alle für sich immer eine besondere Bedeutung haben. Ja, bei den Kommunen hat man angefangen. Der nächste Schritt sollte dann die Bundesländer sein und in den letzten dann der Bund. Tatsächlich muss man sagen, sind diese Reformen jetzt erst einmal ad acta gelegt worden, was dazu führt, dass etwa, ich glaube, derzeit sind es ungefähr 75.000 Prozent der 11.000 Kommunen haben einen Haushaltsplan nach der doppelten Buchführung, der komplett anders aufgebaut ist, als das, was wir kennenlernen werden. Zwei von den 16 Bundesländern haben ihr Haushaltsrecht ebenfalls umgestellt auf die doppelte Buchführung und die restlichen 14 plus die Bundesebene ist bei dem Kameralensystem geblieben. Ja, warum? Das hat mehrere Gründe. Erstens war das, was man sich von der Reform erdacht hat, extrem kostspielig, denn die Kommunen mussten erst einmal lernen, was die doppelte Buchführung ist und sie mussten ja vor allen Dingen das alles umstellen, was eine Kommune so eben hat, um die erste Bilanz zu erstellen. Das heißt, es hat extrem viel Geld gekostet, diese Reform durchzuführen. Und der erwartete Mehrwert, wie zum Beispiel transparent oder auch so ein bisschen über das Jahresdenken hinaus zu gehen, sowas wie zum Beispiel auch Rücklagen bilden für Verbindlichkeiten, die man hat, wie zum Beispiel Pensionszahlung, die ja in so einem Haushaltsplan nach der doppelten Buchführung ganz leicht integrierbar sind, während sie im kameralen Haushalt absolut nicht integrierbar sind, hat dann nicht wirklich das gebracht, was man sich erhofft hat, nämlich mehr Effizienz, mehr Transparenz und vor allen Dingen am Ende Ersparnisse. So, aber das ist eben eine Reform, die 2.2.10 begonnen wurde. Und dafür hat man eben das HGRG-Gesetz geändert, was eben erlaubte, dass es neben dem kameralen Haushaltsplan eben auch einen nach der doppelten Buchführung geben kann. Gut, das so zu dem HGRG. Dann die Hauptvorschrift, mit der wir uns beschäftigen werden, ist die Bundeshaushaltsordnung. Ist ebenfalls 1969 verabschiedet worden, eigentlich zeitgleich mit dem HGRG, denn es ist klar, das HGRG ist das Lex Generalis und das spezielle Gesetz, die BHO, wurde am gleichen Tag direkt mitverkündet. Für den Bereich der Länder gibt es jeweils Landeshaushaltsordnungen, die aber in vielerlei Hinsicht fast wortwörtlich gleich sind zu dem, was in der BHO steht, sondern aber eben jedes Land muss seine eigene Landeshaushaltsordnung geben und viele der Regeln müssen sich eben orientieren an dem HGRG. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass wenn ich die Landeshaushaltsordnung von NRW öffne, ich exakt die gleichen Sachen finde wie in der Bundeshaushaltsordnung. Ja, und hier werden die BHO enthält grundlegende Vorschriften über die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans, aber auch so allgemeine Sachen wie der Haushaltsplan strukturiert ist, ja, aber auch zu dem Bereich Kassenwesen und Buchführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung, all das beantwortet uns sozusagen die BHO. Ja, und für uns, wie gesagt, auf Bundesebene die wichtigste Vorschrift. Ja, wir haben gesehen, die BHO sagt eben, dass streng genommen schon auch das Grundgesetz, aber für die BHO nochmal konkretisiert, dass der Haushaltsplan für ein Jahr oder für zwei Jahre erstellt werden kann. Das heißt, auf Bundesebene könnten wir maximal einen Doppelhaushalt verabschieden. Das heißt, einen Haushaltsplan für die Jahre 25, 26. Aber wir müssten dann trotzdem das schön nach Jahren trennen. Also für jedes Jahr muss es einen eigenen Haushaltsplan geben. Und der Haushaltsplan selbst ist kein Gesetz. Er wird aber durch ein Gesetz verabschiedet, nämlich durch das Haushaltsgesetz. Und wir sehen hier, das Haushaltsgesetz wird immer mit HGXX und für das XX würden wir dann eben das Jahr einsetzen, für das es gilt. Derzeit gilt das Haushaltsgesetz für das Jahr 24. Ja, was enthält dieses Haushaltsgesetz? Naja, erst einmal die Feststellung des Haushaltsplans. Das heißt, dadurch wird der Haushaltsplan verbindlich gemacht, durch eben dieses Haushaltsgesetz. Es enthält dann sachlich und zeitlich begrenzte besondere Vollmachten für die Bundesregierung, die wir eben benötigen. Zum Beispiel, wie viel Kredit darf man aufnehmen? Wie groß ist überhaupt das Volumen der Einnahmen und Ausgaben in dem besagten Jahr? Ja, dann nochmal zeitgesetzliche zusätzliche besondere Rechtsvorschriften über die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung. Wie gesagt, die Kreditermächtigung, aber auch so etwas, bis zu welcher Höhe kann das BMF oder die Bundesregierung Bürgschaften, Garantien und Gewährleistung übernehmen? All sowas ist betragsmäßig dann eben in dem Haushaltsgesetz festgelegt. Ja, und wir wollen bei dem Haushaltsgesetz nochmal ein bisschen verweilen. Das ist übrigens das einzige Gesetz, was in dem Buch hier nicht zu finden ist. Denn klar, es kann hier nicht aufgeführt sein, denn es ist ja ein Zeitgesetz. Das heißt, das Haushaltsgesetz würden wir hier nie finden, sondern da müssen wir dann tatsächlich immer schauen auf den Seiten des BMFs oder im Bundesgesetzblatt, wo es verkündet wird. Ich habe es mir jetzt hier schon mal vorbereitet, nämlich das Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushalts für das Haushaltsjahr 24, Haushaltsgesetz 2024, vom 10. Februar 24. Hier muss man sagen, 10. Februar ist sozusagen etwas zu spät, denn wir haben in der BHO die Regel, dass ein Haushaltsjahr immer Kalenderjahr ist, also am 1. Januar bis 31. Dezember gilt eben das Haushaltsjahr. Und im Jahr 24 haben wir den Haushaltsplan nicht rechtzeitig verabschieden können, sodass wir dann eben erst am 10. Februar einen verabschiedeten Haushalt hatten. Ja, und wir sehen hier, das Erste, was man hier dann eben sieht, ist das Haushaltsvolumen, also die Feststellung des Haushaltsplans und hier eben Einnahmen und Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das ist immer sozusagen das Gesamtvolumen. Ja, ich habe Ihnen ja in dem Video, wenn es um die Netto- und Bruttohaushalt oder Ausgaben des Bundes geht, schon darauf hingewiesen, dass das ist sozusagen der Kernhaushalt, aber wir haben einige Sondervermögen, wie hier das Sondervermögen über die Bundeswehr, das Sondervermögen Aufbauhilfe 21 für die Flutkatastrophe, dann digitale Infrastruktur, ja, und der Hauptproblemkind der jetzigen Bundesregierung, das Klima- und Transformationsfonds. Und das sind sozusagen, ja, man nennt sie manchmal Nebenhaushalte oder auch Schattenhaushalte, je nach Ideologie, was man darunter verstehen will. Fakt ist, dass die ein wenig eben in diesen 476 Milliarden nicht enthalten sind. So, das werden wir bei einem Grundsatz später nochmal genauer kennenlernen. An dieser Stelle wollen wir eben nur grob in dieses Gesetz reinschauen. Der zweite Paragraf ist auch überaus wichtig, weil er eben die zulässige Kreditaufnahme regelt und hier hat sich mittlerweile was getan, denn die zulässige Kreditaufnahme für das Jahr 24 beläuft sich nach diesem Haushaltsgesetz auf 39 Milliarden Euro, die der Bund aufnehmen kann. Dafür, dass wir eine Schuldenbremse haben, ist das ein recht hoher Betrag. Da werde ich, wie gesagt, an einer anderen Stelle dann nochmal genauer darauf eingehen, wie sich dieser Betrag zusammensetzt und wie man das interpretieren muss, dass wir eine Schuldenbremse haben und dann eben doch 39 Milliarden Neuverschuldung. Gut, ja, ansonsten, das Haushaltsgesetz ist immer überschaubar. Es ist ein sehr technisches Gesetz und damit sozusagen schon der Beginn der Gliederung und der Systematik des Bundeshaushaltes. Ja, sehr, sehr technisch, nicht viele Paragrafen und jährlich eigentlich immer wiederkehrend gleich. Wir werden das über die Dauer uns erarbeiten hier. Wir sehen 22 Paragrafen und dieses Gesetz ist ein besonderes Gesetz in einer bestimmten oder in vierfacher Hinsicht und diese Besonderheiten wollen wir uns jetzt hier zum Abschluss der Rechtsgrundlagen noch anschauen, bevor wir dann hier an dieser Stelle aufhören. Ja, 22 Paragrafen. Der letzte Paragrafe sagt eben, dass dieses Gesetz zum 1. Januar in Kraft tritt, obwohl es am 10. Februar verabschiedet wurde. Und das ist eine der Besonderheiten, die wir uns hier mal eben anschauen wollen. So, eine Sekunde. Ja, die Besonderheiten des Haushaltsgesetzes. Ja, es ist ein Gesetz und hat, gilt oder wie es zustande gekommen ist, ist im Grunde wie bei allen Gesetzen in Deutschland. Aber es hat eben vier Unterschiede zu normalen Gesetzen. Und diese vier Unterschiede wollen wir uns an dieser Stelle mal anschauen. Nämlich, der erste Unterschied des Haushaltsgesetzes ist, dass das Haushaltsgesetz ein reines Zeitgesetz ist. Das heißt, es gilt immer nur ein, maximal zwei Jahre Gültigkeit. Hat es eben an Gültigkeit. Während alle anderen Gesetze, die wir in Deutschland haben, sind zeitlich unbefristet. Das heißt, da ist nicht per Gesetz schon so festgelegt, dass es immer nur für ein Jahr gilt. Sondern wenn ein Gesetz wie die BHO 69 verabschiedet wurde, dann gilt es eben seitdem. Es sei denn, es wird irgendwann mal aufgehoben und als Akta gelegt. Ja, die zweite Besonderheit ist, dass eben genau das, was wir gerade schon gesehen haben, das Haushaltsgesetz tritt immer zum 1.1. eines Jahres in Kraft und notfalls auch rückwirkend. Und 2024 ist das auch geschehen. Nämlich verkündet im Bundesgesetzblatt wurde es am 10. Februar 2024. Aber in § 22 steht, es gilt seit dem 1. Januar 2024. Das heißt, mit über mehr als einem Monat rückwirkend gilt dieses Gesetz. Ja, normale Gesetze können immer in Kraft treten, aber niemals so rückwirkend. Denn streng genommen ist das ein Zeichen für Unrecht, wenn ein Gesetz rückwirkend etwas festlegt und sagt, okay, ich verbiete das Tragen von Sneakers und lege fest, dass das heute verkündet wird. Aber es gilt schon seit den letzten vier Jahren. Und damit könnten wir jeden verklagen und bestrafen, der in den letzten vier Jahren Sneakers getragen hat, obwohl zu damaliger Zeit das noch gar nicht verboten war. Das heißt, bei Gesetzen immer in die Zukunft, aber nie rückwirkend. Das Haushaltsgesetz ist die einzige Ausnahme in Deutschland, wo das eben passieren darf. Warum geht das beim Haushaltsgesetz? Naja, weil das hängt so ein bisschen mit der nächsten Besonderheit. Das Haushaltsgesetz ist ein rein formelles Gesetz, ohne Außenwirkung. Gesetze sind in der Regel immer formell und materiell. Formell bedeutet, ein Gesetz muss auf eine bestimmte Art und Weise entstehen. Also damit ist eben geregelt, wer darf überhaupt Gesetze initiieren. Dann, dass der Bundestag eben drei Beratungen durchführt. Der Bundesrat an zwei Durchgängen beteiligt ist. Der Bundespräsident muss das dann irgendwann mal abzeichnen und im Bundesgesetzblatt verkünden. Und das ist sozusagen die Form. Und diese Form durchläuft natürlich auch das Haushaltsgesetz. Aber, das ist der zweite Knackpunkt der normalen Gesetze, haben immer auch etwas Materielles. Das heißt, in den Gesetzen, die da formell verkündet werden, steht in der Regel etwas drin, was für die Außenwelt von Relevanz ist und wo irgendwas geboten, verboten oder gewährt oder nicht gewährt wird. Das fehlt eben beim Haushaltsgesetz. Das ist ein extrem technisches Gesetz. Es hat nur eine Relevanz für die Verwaltung. Also für die Verwaltung wird da einiges geregelt und für die ist das eben wichtig. Aber wir können von, für die Öffentlichkeit ist das nur insofern relevant, dass wir daran ablesen können, wie hoch das Volumen der Ausgaben sein wird im kommenden Jahr. Aber wir können nicht irgendwie aus dem Gesetz ableiten, habe ich Anspruch auf ein paar Euro dieser 476 Milliarden, sondern das Gesetz stellt das eben nur fest. So hoch werden die Ausgaben sein, aber wir können daraus keine Ansprüche ableiten. Für die Verwaltung aber, wie gesagt, relevant. Und ja, am 1. Januar geht es los. Die Bundesregierung und die gesamte Verwaltung beginnt ihre Arbeit und gegebenenfalls fängt auch schon an, Ausgaben zu tätigen, obwohl noch kein Haushaltsplan genehmigt ist. In Deutschland ist das erlaubt, was in den USA zum Beispiel nicht. In den USA ist dann eben in dieser Zeit, der haushaltslosen Zeit, ein Government Shutdown. Das heißt, da fließt kein Geld. In Deutschland ist das in der Verfassung geregelt, dass wir dann auch Ausgaben tätigen können. Aber um das dann halt alles rechtssicher zu machen, wird dann eben das Haushaltsgesetz, wenn es verkündet, rückwirkend verkündet, damit eben die Tätigkeit, die die Verwaltung in der haushaltslosen Zeit vollzogen hat, dann eben legitimiert wird. Ja, und hier ist das also unschädlich, dass man das auch mal notfalls rückwirkend in Kraft treten lässt. Ja, und die vierte Besonderheit des Haushaltsgesetzes ist, es enthält ein sogenanntes zeitliches und sachliches Bepackungsverbot. Das heißt, das Haushaltsgesetz darf nach Artikel 110 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz mit bestimmten Dingen nicht bepackt werden. Das heißt, in der Verfassung ist geregelt, dass im Haushaltsgesetz bestimmte Dinge nicht drin sein dürfen. Das gibt es bei normalen Gesetzen nicht, dass man da irgendwie festlegt, dass da keine langfristigen Regelungen enthalten sein dürfen, sondern das gibt es eben nur für das Haushaltsgesetz. Es soll zeitlich mit etwas nicht bepackt werden und sachlich. Zeitlich ist gemeint, da sollen in dem Haushaltsgesetz 24 sollen zum Beispiel keine Regeln für das Jahr 25, 26 oder 27 drin sein, sondern nur für das Jahr, um das es sich hier handelt. Und sachlich bedeutet, bedeutet in dieses Haushaltsgesetz, in diese 22 Paragrafen dürfen nur Vorschriften rein, die in irgendeiner Weise etwas mit den Einnahmen und Ausgaben des Bundes zu tun haben. Was bedeutet, da dürfen keine Vorschriften zu den Einnahmen und Ausgaben der Bundesländer drin sein und auch keine Vorschriften, die nichts mit den Einnahmen oder Ausgaben des Bundes zu tun haben, wie zum Beispiel Änderungen des BAföG. Das passiert dann eben nicht im Haushaltsgesetz, sondern dazu geht man dann eben in das Gesetz, was da eben relevant ist. Ja, das sind so ein bisschen die Besonderheiten des Haushaltsgesetzes. Ja, und der letzte Punkt der Rechtsgrundlagen sind eben die Verwaltungsvorschriften. Verwaltungsvorschriften sind streng genommen keine Gesetze, aber sie gelten eben für die Verwaltung. Das heißt, die sind geschrieben worden für die Verwaltung, damit man mit einem Gesetz ein bisschen konkreter arbeiten kann, weil das Gesetzrecht oft so allgemein ist, dass viele Fragen offen bleiben. Ja, und die Verwaltungsvorschriften, die wir im ersten Schritt kennenlernen werden, sind eben hier die VVBHO, die eben in dem gelben Buch enthalten ist. Da gehen wir vielleicht dann mal als letzter Punkt hin, weil, um das nochmal zu zeigen, wie das dann in der Ausführung, wenn man mit dem gelben Buch arbeitet, aussieht. Denn wir haben hier sowohl die BHO wie auch die Verwaltungsvorschrift zu BHO. Und ja, wir sehen hier, das ist sozusagen die BHO, ganz normal geschrieben. Und irgendwo später beginnt nochmal die Verwaltungsvorschrift zur Bundeshaushaltsordnung, nämlich die allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung, VVBHO. Hier auch jetzt mit einer Unheiltsübersicht. Und in der VVBHO haben wir dann eben beides. Das Fettgedruckte ist eben immer die BHO, wie zum Beispiel hier Paragraf 4, Rechnungsjahr ist Kalenderjahr. Und das Nicht-Fettgedruckte ist dann eben die Verwaltungsvorschrift. Und die gibt es eben dann hier entlang der Paragrafen. Das heißt, zu den ersten vier Paragrafen gibt es keine Verwaltungsvorschrift. Ab Paragraf 5 geht es dann los, dass wir hier eine Verwaltungsvorschrift haben. zu dem Paragrafen 5, dann eben Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Im Paragraf 7 enthält ebenfalls eine Verwaltungsvorschrift. Und die kann dann ja schon manchmal dann ein paar Seiten lang sein. Also hier sind es dann eben drei, zwei, eineinhalb, drei, vier, fünf Seiten, bevor es dann eben mit den Paragrafen 8 weitergeht. Ja, und es ist eigentlich ganz gut strukturiert, sodass man ganz leicht dann halt eben abhängig von welchen Paragrafen man hier gerade sich anschaut, direkt unter den Paragrafen dann erst einmal die Verwaltungsvorschrift haben kann. Zu manchen Paragrafen ist die Verwaltungsvorschrift dann doch recht umfassend, wie die Haupt, die größte ist wohl zu den, genau, wenn wir da mal hingehen, zu den Paragrafen 44. Wenn wir da mal reinschauen in den Paragrafen 44, dann sehen wir eine Verwaltungsvorschrift, die 44 regelt eben Zuwendung, ein wesentlicher Bestandteil dessen, was der Bund jährlich so gewährt läuft, eben über Zuwendung. Und die Verwaltungsvorschrift, also wir sehen, der Paragraf 44 hat eben gerade mal nur drei Absätze, dann beginnen aber 50 Seiten Verwaltungsvorschrift, wie man denn diese drei Absätze zu interpretieren hat. Gut, das vielleicht so als Anfang, dann haben wir schon mal so ein bisschen in die Rechtsgrundlagen kennengelernt. Im nächsten Schritt würden wir die Gliederung und Systematik des Bundeshaushalts gründen, also wie ist der Haushaltsplan strukturiert, das Kernstück der öffentlichen Finanzwirtschaft. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.